es ist self und zwar befindet sich selbst auf dem see der stärke genau und um selbst zu begegnen muss man zuerst das event abgeschlossen haben nachdem man team galaktik besiegt hat und pika bzw in pokémon diamant die alger besiegt hat oder gefangen je nachdem genau dann kann man hier nämlich fangen und zwar hier in dieser hülle und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Genau, Self, Tobus und Vesperid gehören zu den drei Seen-Pokémon. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt gehen wir mal zur Box. So, hier haben wir das gute Stück auch. Es hat Level 50. Kann die Attacken, Konfusion, Gainer, Sehe und Amnesie. Genau. Gut. Das war Self. Im nächsten Part fangen wir Tobus. Bis dann, euer Janka. Ciao.